Ich glaube nicht, dass wir mit meiner Familie keine Frieden haben können, wenn die Wahrheit da ist. Harry hat kürzlich einen neuen Schritt gemacht und wird Ende September bei einer Veranstaltung auftreten. Kommentieren Sie eins, wenn Sie wissen wollen, wie Prinz Harry jetzt lebt und denken Sie daran, bis zum Ende des Videos zu schauen. Beginnen Sie einfach mit seinen tragischen Wahrheiten. Das schreckliche Ereignis, das Harry wieder fuhr, kann nicht ignoriert werden, wenn es um die Katastrophe geht, die sich in seinem Leben ereignete. Im Laufe seines Lebens wurde er von einem übermäßigen Interesse der Presse geplagt. Obwohl das Leben eines Königs zweifellos mit unvorstellbarem Geld und Privilegien verbunden ist, erfordert es auch eine große Toleranz gegenüber dem ständigen Ansturm der Medienberichterstattung. Im Falle von Prinz Harry begann diese Überwachung, als er noch sehr klein war. Seit er ein Kleinkind war, musste er die ständige Präsenz von Reportern, die übermäßig neugierig sind, und Fotografen, die zweifellos aufdringlich sind, ertragen. Das britische Königshaus hat in der Vergangenheit noch nie mit dieser unablässigen Medienpräsenz zu kämpfen. Im Laufe mehrerer Jahrzehnte waren die Paparazzi eine hartnäckige und störende Präsenz, die häufig zu Tragödien und Schwierigkeiten beitrug, mit denen die königliche Familie zu kämpfen hatte. Lucy Worsley Royal Photo Album ist der Titel einer Fernsehdokumentation, die im Jahr 2020 erscheinen soll. Laut Town & Country wird die Serie die umstrittene Verbindung zwischen den britischen Paparazzi und der königlichen Familie untersuchen. Die Dokumentation bietet einen umfassenden Einblick in das Ausmaß, in dem die Paparazzi in das Leben der Royals eingedrungen sind. Sie enthüllt die unerbittlichen und aggressiven Techniken, die eingesetzt werden, um jede erdenkliche Minute ihrer Existenz aufzuzeichnen. Diese Medienaufmerksamkeit war im Laufe der Jahre äußerst aufdringlich und beunruhigend, und das Video verdeutlicht genau, wie stark sie sich ausgewirkt hat. Im Rahmen der Medienbeobachtung ist Prinz Harry einer besonders intensiven Prüfung unterzogen worden. Die Presse hat eine Reihe von extremen Methoden angewandt, einschließlich des Einsatzes von Drohnen und Hubschraubern, um in die Privatsphäre von Prinz Harry und seiner Familie einzudringen. Seit Prinz Harry mit Meghan Markle, der heutigen Herzogin von Sussex, zusammen ist, hat sich dieses aufdringliche Verhalten noch verschärft. Trotz seiner Bemühungen, ihre Beziehung aus dem Rampenlicht der Öffentlichkeit herauszuhalten und ihre Privatsphäre zu schützen, verfolgten die Paparazzi die beiden unablässig. Sowohl Prinz Harry als auch Meghan Markle haben durch das Eindringen der Presse erhebliche persönliche Auswirkungen erlitten. Jede ihrer Handlungen wurde akribisch verfolgt, und Kameras und Reporter haben häufig Grenzen überschritten, die für normale Bewohner als unangemessen angesehen würden. Die ständige Überwachung und der Mangel an persönlichem Freiraum haben es ihnen unmöglich gemacht, ein normales Leben zu führen, was zu einer enormen Belastung für ihr geistiges und emotionales Wohlbefinden geführt hat. Die ständigen Belästigungen, denen Prinz Harry ausgesetzt ist, haben ihn dazu veranlasst, rechtliche Schritte gegen eine Reihe von Medien einzuleiten. Mit diesen Fällen versucht er sich, gegen die aufdringlichen Methoden der Presse zu wehren und für sich und seine Familie eine Art Privatsphäre wiederherzustellen. Er tut dies in dem Bemühen, die Privatsphäre seiner Familie zu schützen. Der Kampf um den Schutz der Privatsphäre ist ein ständiger Kampf, auch wenn diese Art von Bemühungen bereits unternommen wurden. Als Prinz Harry aufwuchs, war er dem immensen Druck ausgesetzt, sich den strengen Ritualen und Normen anzupassen, die das königliche Leben bestimmen. Dies lag daran, dass er ein direkter Nachkomme von Königin Elisabeths Zeiten war. Während seiner gesamten Erziehung wurde er ständig und beharrlich mit diesem Druck konfrontiert. Die strenge Erziehung, die Harry genoss, war für jeden jungen Menschen eine Herausforderung. Angesichts der Bedingungen, unter denen er aufwuchs, erwies sich für Harry jedoch als äußerst einschränkend. Auch wenn er im frühen Erwachsenenalter für sein Image als böser Junge bekannt ist, zeigten sich Spuren seiner rebellischen Natur schon viel früher, als er erst acht Jahre alt war. Und das, obwohl die meisten Menschen ihn mit seinem Image als böses Kind identifizieren. Der junge Prinz Harry hatte es schwer, sich an die strengen Normen zu halten, die ihm auferlegt wurden, wie aus einer Sammlung von Briefen hervorgeht, die von Prinzessin Diana geschrieben und im Telegraf veröffentlicht wurden. Diese Briefe wurden veröffentlicht. In diesen Notizen wird ein Junge beschrieben, der sich während seines Internatsbesuchs ständig über den königlichen Verhaltenskodex hinwegsetzt. Das Kind wurde als jemand beschrieben, der in der Schule regelmäßig in Schwierigkeiten geriet. Auch wenn die Einzelheiten von Harrys Unfug nicht veröffentlicht wurden, so war doch klar, dass die Zwänge seiner königlichen Erziehung seinen Enthusiasmus nicht im Zaum halten konnten. Dies war der Fall, auch wenn die Einzelheiten seines Unfugs nicht veröffentlicht wurden. Harry hatte sein ganzes Leben lang einen Hang zur Rebellion, der immer stärker wurde, je mehr er aus seiner Kindheit herauswuchs. Seine Vorliebe für Partys und seine Missachtung der königlichen Etikette brachten ihm in seinen Teenagerjahren und Anfang 20 einen guten Ruf ein. Für diese beiden Dinge wurde er anerkannt. Dadurch erlangte er Berühmtheit. Diese Bezeichnung, die sowohl die breite Öffentlichkeit als auch die Zeitungen, die über das Ereignis berichteten, ansprach und skandalisierte, wurde ihm aufgrund seiner Taten verliehen. Und er wurde als der rebellische Prinz bekannt. Seine Handlungen wurden regelmäßig in den Schlagzeilen der Boulevardzeitungen erwähnt, die das Bild eines jungen Mannes zeichneten, dem es schwer fiel, die Verpflichtungen seines königlichen Amtes mit seiner persönlichen Identität zu vereinbaren. Seine Eskapaden waren häufig in den Schlagzeilen der Boulevardzeitungen zu lesen. Der Ungehorsam, den Harry an den Tag legte, war hingegen nicht nur das Ergebnis seiner Indiskretion als junger Mensch. Er ist Ausdruck des Kampfes, den er mit den Pflichten und Aufgaben führt, die ihm durch sein Erbe auferlegt wurden. Der große Druck, der mit einem königlichen Leben einhergeht, kann als Versuch des jungen Mannes interpretiert werden, seine eigene Identität zu finden. Dies ist eine plausible Interpretation seines Handelns. Ein immer wiederkehrendes Problem, das er in seinen prägenden Jahren erlebte, war die innere Spannung, die er zwischen seinen eigenen Wünschen und seiner staatsbürgerlichen Pflicht empfand. Es besteht ein breiter Konsens darüber, dass die Jugendjahre eine entscheidende Zeit für die Entwicklung des Einzelnen sind. Diese prägenden Jahre in der High School hinterlassen einen bleibenden Eindruck in unserem Leben und formen nicht nur unsere Persönlichkeit, sondern auch unsere Freundschaften und unsere Haltung gegenüber der Welt. Die Vorstellung, dass Prinz Harry ein typisches Teenagerleben führen würde, war hingegen eine Fantasie, die er nie ganz verwirklichen konnte. Seine akademische Erfahrung war alles andere als konventionell, denn er wurde bereits mit 13 Jahren in Eton, einem bekannten Internat, eingeschrieben. Die Erfahrungen, die Prinz Harry in Eton machte, unterschieden sich vom ersten Tag an von denen seiner Klassenkameraden, die dort Unterricht hatten. Als er sich mit seinen Lehrern bekannt machte und das Schulgelände besichtigte, wurde er von der Presse, die stets bereit war, jedes Detail seines Lebens festzuhalten, aufmerksam verfolgt. Aufgrund der ständigen Präsenz dieser intensiven Medienbeobachtung war es für ihn schwierig, sich zu integrieren und die relative Anonymität zu genießen, die für die Mehrheit der Schüler selbstverständlich ist. Während seiner Zeit in Eton konnte Prinz Harry den Luxus genießen, ein eigenes Zimmer zu haben, das anderen Schülern nicht zur Verfügung stand. Andererseits war dies mit einer Reihe von Schwierigkeiten verbunden. Im Gegensatz zu seinen Altersgenossen wurde er von einem ständigen Leibwächter begleitet, der in dem Zimmer neben seinem eigenen schlief. Diese ständige Sicherheitspräsenz war zwar zu seinem Schutz notwendig, entfernte ihn aber noch weiter von der üblichen Erfahrung eines Internatsbesuchs und unterstrich den besonderen Druck, der mit seinem königlichen Rang einherging. Im Jahr 2018 führte die Publikation »The Cut Interviews« mit einigen Mitschülern von Prinz Harry in Eton, die einen Einblick in sein Leben während des Besuchs der Schule gaben. Ein Schüler machte die Beobachtung, dass Prinz Harry es schwerer hatte, seinen Platz in der Schule zu finden, im Gegensatz zu Prinz William, der den Ruf hatte, sich während seiner Zeit in Eton gut in die anderen Schüler zu integrieren. Es ist möglich, dass der ständige Vergleich mit Harrys älteren Bruder, der sich zuvor in einer ähnlichen Situation befunden hatte, die zusätzliche Belastung für Harry noch vergrößerte. Dieses Gefühl bringt die zusätzlichen Belastungen, die Harry zu tragen hatte, ans Licht. Eine andere Person, die früher dieselbe Schule wie Prinz Harry besuchte, erwähnte, dass trotz der Tatsache, dass sich alle an der Schule bemühten, sein Leben so normal wie möglich zu gestalten, die tatsächliche Normalität oft unerreichbar war. Seine Leibwächter waren ständig präsent und erinnerten ihn optisch an seinen außergewöhnlichen Rang und die damit verbundenen Verpflichtungen und Risiken. Die Tatsache, dass Königin Elisabeth II gelegentlich zu Besuch kam, verkomplizierte die Situation zusätzlich, erregte Aufmerksamkeit und machte die Unterschiede zwischen Harry und seinen Mitschülern deutlich. Darüber hinaus wurde Harry sehr stark unter Druck gesetzt, der königlichen Familie beizutreten, was dazu führte, dass er außerordentlich viel Elend erlebte. Es gibt Momente, in denen man als zweites oder drittes Kind in einer Familie das Gefühl hat, im Schatten des ältesten Kindes zu stehen. Für die Mitglieder der königlichen Familie wird diese Dynamik jedoch in extremem Maße verstärkt. Der Gedanke, ein Ersatzkind zu sein, wie Prinz Harry leider erfahren musste, ist eine einzigartige Angelegenheit, die mit ganz eigenen Anforderungen und Herausforderungen verbunden ist. Da Prinz Harry das jüngste Mitglied der königlichen Familie ist, hat er im Vergleich zu seinem älteren Bruder Prinz William eine weniger wichtige Position, wie People berichtet. Im hierarchischen Gefüge der Monarchie gilt das älteste Kind als der auserwählte Erbe, während die jüngeren Geschwister als Reserve angesehen werden. Diese Einteilung ist in der Institution fest verankert. Mit ähnlichen Herausforderungen sah sich Prinzessin Margaret, die Schwester von Königin Elisabeth, konfrontiert, als sie versuchte, ihre Position innerhalb der königlichen Familie zu etablieren. Der Autor von Majestät und Monarch, Robert Lacey, sagte, dass es im Laufe der Geschichte schwierig war, jüngere Geschwister, die nicht in der Thronfolge stehen, angemessen anzuerkennen und zu unterstützen. Solange die älteren Geschwister keine eigenen Kinder zeugen, gelten die jüngeren Geschwister eines königlichen Erben offiziell als weitere potenzielle Nachfolger. Hierin liegt die Ursache des Grundproblems. Dies führt zu einer paradoxen Situation, in der der Ersatz als weniger wichtig angesehen wird als der Erbe, aber dennoch als Notfallplan in Reserve gehalten wird. Die Ersatzleute, wie Prinz Harry, stehen aufgrund dieses zweideutigen Status unter großem Druck. Sie müssen ein feines Gleichgewicht zwischen der Erfüllung ihrer königlichen Pflichten und der Schaffung einer bedeutenden Rolle für sich selbst innerhalb der Familie finden, obwohl sie bereit sein sollten, ins Rampenlicht zu treten, wenn es von ihnen verlangt wird, haben sie häufig nicht das gleiche Maß an formalen Verpflichtungen und Anerkennung wie der Thronfolger. Es steht außer Frage, dass Prinz Harry aufgrund dieses dynamischen Arrangements Gefühle der Ratlosigkeit, Unzufriedenheit und vielleicht sogar ein Gefühl der Unzulänglichkeit hatte. Obwohl er aus einer königlichen Familie stammte, kämpfte er darum, im Rahmen seiner geplanten Aufgabe als Ersatzmann ein Gefühl von Normalität und Sinn zu finden, zusätzlich zu der Tatsache, dass er ständig mit seinem älteren Bruder verglichen wurde, verstärkte die Ungewissheit, die seine Zukunft umgab, diese Gefühle noch und machte es ihm unmöglich, seine eigene Identität abseits der Erwartungen, die an ihn gestellt wurden, zu entwickeln. Es ist offensichtlich, dass die Beziehung zwischen Prinz Harry und Prinz William seit langem ein Eckpfeiler des öffentlichen Bildes der königlichen Familie ist. Als sie zusammen aufwachsen, teilen sie nicht nur eine Geschwisterbeziehung, sondern auch die unterschiedlichen Erfahrungen und Schwierigkeiten, die ein königliches Leben mit sich bringt. Es gab eine beträchtliche Kluft zwischen ihnen, die die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zog und Mutmaßungen über den Zustand ihrer Beziehung anregte. Doch wie jede andere Geschwisterbeziehung hat auch diese ihre Kämpfe und Triumphe gehabt. Laut Quellen von The Sun erreichte die Spaltung zwischen den beiden Brüdern im Jahr 2016 eine neue Stufe, als Prinz William angeblich versuchte, sich in die Beziehung zwischen Prinz Harry und Meghan, Herzogin von Sussex, die zu dieser Zeit noch Meghan Markle hieß, einzumischen. Mehrere Quellen berichteten, dass Prinz Harry stark auf die vermeintliche Einmischung reagierte, was zu Spannungen zwischen den Brüdern führte. Als sich die Situation zuspitzte, beherrschten Behauptungen die Schlagzeilen der Boulevardpresse, wonach die Mitglieder der königlichen Familie miteinander stritten und kämpften. Während eines Interviews für den Dokumentarfilm Harry and Meghan, an African Journey, das im Oktober 2019 geführt wurde, gab Prinz Harry offen zu, dass seine Beziehung zu Prinz William angespannt ist. Diese Information wurde von Town and Country veröffentlicht. Er gab unumwunden zu, dass unter Geschwistern Dinge passieren können. Und er kannte damit an, dass sich die Dynamik zwischen ihnen tatsächlich verschoben hatte. Die dauerhafte Verbindung, die sie als Brüder haben, wurde von Prinz Harry hervorgehoben, der erklärte, »Aber schau, wir sind Brüder. Wir werden immer Brüder sein.« Und das trotz der Schwierigkeiten, die sie zu überwinden hatten. Die Äußerungen von Prinz Harry gaben einen Einblick in die Feinheiten von Bruderbeziehungen, insbesondere im Kontext der Dynamik der königlichen Familie. Trotz der Tatsache, dass ihre Beziehung auf die Probe gestellt wurde, äußerte er die Hoffnung, dass ihre Beziehung stabil ist, und spielte die Schwere des Streits, über den berichtet wurde, herunter. Außerdem wies er beiläufig darauf hin, dass die Medien mit ihren Mutmaßungen zur Übertreibung und Sensationalisierung ihrer Auseinandersetzungen beigetragen haben und unterstrich damit die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, mit dem öffentlichen Interesse umzugehen und gleichzeitig eine private Familiendynamik zu bewahren. Nach dem Dokumentarfilm wurde in der Öffentlichkeit bekannt, dass Prinz Harry und Prinz William eine schwierige Beziehung hatten. Diese Berichte legen nahe, dass Prinz Harry und Prinz William begonnen hatten, sich miteinander zu versöhnen. Schließlich wurde festgestellt, dass ihre gemeinsamen Erfahrungen und familiären Bindungen größer waren als alle vorübergehenden Streitigkeiten, auf die sie trotz aller Schwierigkeiten stießen. Beide Brüder erkannten nicht nur die Bedeutung ihrer Beziehung als Mitglieder der königlichen Familie, sondern auch die Bedeutung ihrer Beziehung als Geschwister. Sie waren beide bestrebt, ihre Verbindung aufrecht zu erhalten und gemeinsam weiterzugehen. Prinz Harry wird nie den schrecklichen Verlust seiner Mutter, Prinzessin Diana, vergessen, der sich in seinem Leben ereignete. Dies ist ein Ereignis, das er nie vergessen wird. Ein Autounfall, der sich 1997 ereignete und zu ihrem vorzeitigen Tod führte, hat die ganze Welt erschüttert. Zu dieser Zeit war Prinz Harry gerade zwölf Jahre alt und der Verlust seiner Mutter in einem so verletzlichen Alter hatte einen tiefen und lebensverändernden Einfluss auf ihn. In den Jahren nach ihrem Tod wurden weitere Teile von Prinzessin Dianas Leben ans Licht gebracht, was zu einem vollständigen Bild ihres Vermächtnisses und der persönlichen Kämpfe führte, die sie durchmachte. Prinz William und Prinz Harry, die Söhne von Prinzessin Diana, erlebten mit dem Verlust ihrer Mutter eine große und sehr persönliche Trauer. Dieses Ereignis hinterließ eine Lücke in ihrem Leben und sie brauchten viele Jahre, um das Geschehene zu verarbeiten. Die Ängste und die Trauer, die sie durch den Verlust ihrer Mutter in so jungem Alter erfahren haben, sind in den Jahren nach dem Ereignis zu Gesprächsthemen und zum Nachdenken geworden. In dem Dokumentarfilm mit dem Titel Our Mother Diana, Her Life and Legacy, Unsere Mutter Diana, ihr Leben und ihr Vermächtnis, drückte Prinz Harry seine Gefühle über den Tod seiner Mutter offen und ehrlich aus. In einer Erklärung, die von ABC News ausgestrahlt wurde, erklärte er das anhaltende Leid und die Sehnsucht, die er und sein Bruder erleben. Es vergeht kein einziger Tag, an dem William und ich uns nicht wünschen, dass sie noch an unserer Seite wäre. Wir machen uns Gedanken darüber, was für eine Mutter sie jetzt wäre und was für einen Unterschied sie machen würde. Der Dokumentarfilm bietet einen bewegenden Einblick in die tiefgreifenden Auswirkungen, die der Verlust von Prinzessin Diana auf das Leben von Prinz Harry hatte, und zwar durch seine Kommentare zu dem tragischen Ereignis. Sein Abschiedsgespräch mit ihr war das Thema seiner anhaltenden Reue, die er in seiner Rede zum Ausdruck brachte. In seinem Geständnis gab er zu, dass er häufig über das letzte Telefonat nachdenkt und sich wünscht, er hätte mehr gesprochen und seine Liebe umfassender zum Ausdruck gebracht. Aufgrund dieses anhaltenden Bedauerns wird der enorme Schmerz, den er mit sich herumträgt, um eine zusätzliche Schicht erweitert. Das Jahr 2017 war das Jahr, in dem Prinz Harry seine persönlichen Schwierigkeiten mit der psychischen Gesundheit öffentlich machte und damit einen Konflikt beleuchtete, der sich seit Jahren aufgestaut hatte. Als er Ende 20 war, erkannte er schließlich, dass er die Hilfe eines Fachmanns brauchte, um die Trauer über den Verlust seiner Mutter zu bewältigen. Diese Information gab er in einem Interview mit The Telegraph-Preis. Diese Einsicht war ein großer Wendepunkt in seinem Leben, der sich schon seit Langem abgezeichnet hatte. Ein überwältigendes Gefühl, das ihn häufig verängstigt und außer Kontrolle geraten ließ. Prinz Harry erinnerte sich, dass er bei öffentlichen Auftritten starke Flucht- oder Kampfreaktionen hatte. Er beschrieb diese Empfindungen als überwältigend. Auf das Auftreten dieser Empfindungen folgten Momente unvernünftiger Wut, die ihn und alle um ihn herum ratlos zurückließen. Er sagte, Im Laufe der Zeit wurde immer deutlicher, dass der unbewältigte Schmerz, den er als Folge des traurigen Todes seiner Mutter erlebt hatte, sich letztlich in dem äußerte, was er als einen beinahe Zusammenbruch bezeichnete. Als Prinz Harry die Notwendigkeit einer Intervention erkannte, traf er die mutige Entscheidung, die Hilfe in Anspruch zu nehmen, die er schon so lange brauchte. Seine Suche nach Heilung und Wissen über seine geistige Gesundheit begann mit dieser Entscheidung, die den Beginn seiner Reise markierte. Nach Angaben von Page Six war er im Jahr 2020 drei Jahre lang in Behandlung. Eine Verpflichtung, die er auf einer Veranstaltung näher erläuterte. Im Laufe seiner Therapiesitzungen begann er, das Trauma zu verarbeiten, das sein Leben fast 20 Jahre lang begleitet hatte. Die Tatsache, dass Prinz Harry so lange damit gewartet hat, sich in professionelle Behandlung zu begeben, spiegelt auf erschütternde Weise das Stigma wieder, das die psychische Gesundheit umgibt. Dies gilt insbesondere, wenn man den Hintergrund der königlichen Familie und die mit dem öffentlichen Leben verbundenen Anforderungen bedenkt. Mangelnde Informationen über psychische Probleme, kulturelle Erwartungen und persönlicher Stolz sind einige der wesentlichen Hindernisse, die Menschen davon abhalten können, die erforderliche Behandlung in Anspruch zu nehmen. Seine verzögerte Inanspruchnahme einer Therapie verdeutlicht die beträchtlichen Hürden, die Menschen davon abhalten können, eine Therapie zu suchen. Die offenen und ehrlichen Gespräche, die Prinz Harry über seine Probleme mit der psychischen Gesundheit geführt hat, haben ihm nicht nur ein Gefühl der persönlichen Läuterung vermittelt, sondern auch zu einer breiteren Diskussion über psychische Gesundheit geführt. Durch die Schilderung seiner Erfahrungen hat er dazu beigetragen, einige der Stigmata abzubauen, die mit psychischen Problemen verbunden sind und andere dazu inspiriert, Hilfe und Unterstützung zu suchen. Trotzdem ist Harrys Leben weiterhin von Schicksalsschlägen geprägt. Er kommt nicht zum Stillstand, sondern springt nur von einem Bahnsteig zum anderen. Gerüchten zufolge war Harry derjenige, der für den Verlust seiner wahren Liebe zu Chelsea Davy verantwortlich war. Und das war eine schreckliche Tragödie. Die Freundschaft zwischen Prinz Harry und Chelsea Davy ist seit langem eine Quelle der Faszination für Mitglieder der königlichen Familie und ihre Anhänger. Nach den Angaben in dem Buch Harry, Life, Loss and Love Harry, Leben, Verlust und Liebe begann die Beziehung der beiden um das Jahr 2004 und dauerte mit einigen Unterbrechungen bis zum Jahr 2009. Viele Menschen spekulierten über ihre Beziehung und wünschten sich, dass Davy eines Tages ein festes Mitglied der königlichen Familie werden könnte. Die Beziehung der beiden löste große Neugierde aus. Viele Menschen hatten den Eindruck, dass Chelsea Davy Prinz Harry heiraten und danach einen königlichen Titel erhalten sollte. Doch trotz der Tatsache, dass sie eine tiefe Verbindung und eine gemeinsame Geschichte hatten, ging die Beziehung schließlich zu Ende, was sich als ein wichtiges und bewegendes Kapitel im Leben von Prinz Harry herausstellte. Zwischen Prinz Harry und Chelsea Davy herrschte eine tiefe Verbundenheit und eine gegenseitige Zuneigung, die ihre Beziehung prägte. Inmitten von Harrys mitunter turbulentem royalen Dasein sorgte die aus Zimbabwe stammende Davy für ein Gefühl von Normalität und Bodenständigkeit in der Situation. Bei kritischen Ereignissen spielte sie eine unterstützende Rolle, wie zum Beispiel bei der Abfassung seiner Trauzeugenrede für die Hochzeit von Prinz William. Die Bedeutung ihrer Teilnahme an Harrys Leben wurde durch die Tatsache unterstrichen, dass sie an solch intimen und familiären Anlässen teilnahm, was die Tiefe ihrer Verbindung bewies. Der Stress und die Erwartungen des königlichen Lebens erwiesen sich für Davy als zu groß, obwohl die beiden offensichtlich eine große Leidenschaft füreinander hegten und die Öffentlichkeit große Hoffnungen in ihre Zukunft setzte. In einem Interview mit der Times gab sie ehrlich zu, dass ihr Leben mit Prinz Harry Wilt erschreckend und unangenehm war. Sie sagte auch, dass sie sich unwohl fühlte. Eine Reihe von Umständen spielte bei ihrer Entscheidung, die Beziehung zu beenden, eine wichtige Rolle, darunter die starke Kontrolle durch die Medien, die ständige Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und die strengen Anforderungen des königlichen Protokolls. Davy traf schließlich die Entscheidung, in ihr privates Leben in Zimbabwe zurückzukehren, weg vom ständigen Rampenlicht, da sie die ständigen Paparazzi und den Verlust ihrer Privatsphäre als zu viel empfand. Dank des Eingreifens des Schicksals verliebte er sich schließlich in Meghan Markle, die heute als Meghan, Herzogin von Sussex, bekannt ist. Ihre Liebesgeschichte zog die Aufmerksamkeit der Menschen auf der ganzen Welt auf sich. Doch neben dem Glanz und der Pracht hatte das Paar mit einer Reihe von Herausforderungen zu kämpfen, vor allem mit der kritischen Betrachtung und der schlechten Darstellung, die sie von der britischen Presse erhielten. Die Art und Weise, wie die Medien mit Prinz Harry und Meghan Markle umgingen, war nicht nur aufdringlich, sondern überschritt häufig die Grenze zu offener Bigotterie und Vorurteilen. Das Paar war unablässiger und manchmal unbegründeter Kritik ausgesetzt, insbesondere von Seiten der britischen Boulevardpresse, die fragwürdige Artikel veröffentlichte, die die öffentliche Aufmerksamkeit und Neugierde anheizten. Insbesondere Meghan war in den Medien ungerechten Darstellungen und rassistischen Stereotypen ausgesetzt. Sie war die Hauptleidtragende dieser unerwünschten Aufmerksamkeit. Sowohl die psychische Gesundheit als auch das allgemeine Wohlbefinden des königlichen Paares wurden durch die ständigen Belästigungen durch die Boulevardpresse beeinträchtigt. Es war für sie unmöglich, ein normales Leben zu führen und ihren Pflichten als Mitglieder der königlichen Familie nachzukommen, da sie einem ständigen Ansturm negativer Schlagzeilen und aufdringlicher Paparazzi ausgesetzt waren. Obwohl sie sich bemühten, sich über die Kritik hinwegzusetzen und sich würdevoll zu verhalten, war der von der Presse verursachte Schaden nicht zu leugnen. Angesichts des vergifteten Medienklimas trafen Prinz Harry und Meghan die schwierige Entscheidung, sich von ihren Aufgaben als führende Mitglieder der königlichen Familie zurückzuziehen. Diese Entscheidung wurde aufgrund des vergifteten Medienklimas getroffen. Die öffentliche Erklärung, die sie an die Leiter der großen britischen Boulevardzeitungen richteten, war eine Rüge der unethischen Taktiken und der destruktiven Berichterstattung, der sie ausgesetzt waren, wie NBC News berichtete. Sie wollten die Kontrolle über ihre Geschichte zurückgewinnen, ihre Privatsphäre und ihre Würde schützen und sich vor der Boulevardpresse abschirmen, indem sie sich weigerten, mit ihr zusammenzuarbeiten. Dann, im Jahr 2019, trafen Prinz Harry und Meghan, Herzogin von Sussex, eine Entscheidung, die Schockwellen um die Welt sandte und eines der erstaunlichsten Ereignisse in der Geschichte der königlichen Familie markierte. Sie beschlossen, von ihren Pflichten als Könige zurückzutreten. Ihr Ausscheiden aus dem königlichen Leben wurde von der BBC bekannt gegeben und mit einer Mischung aus Erstaunen, Trauer und Mutmaßungen, sowohl von denjenigen, die gut informiert waren, als auch von anderen, die die königliche Familie bewunderten, begrüßt. Vor allem Prinz Harry zeigte sich sehr betroffen von der Entscheidung, was ein Hinweis auf das emotionale Gewicht dieser Entscheidung ist. Viele Menschen waren der Meinung, dass die Entscheidung des Paares, aus dem königlichen Leben auszusteigen, einen Bruch mit der Tradition und einen tiefen Verlust bedeutet. Die Entscheidung der beiden, einen neuen Weg außerhalb der königlichen Pflichten einzuschlagen, wurde von Menschen, die die königliche Familie mochten und verehrten, mit Trauer aufgenommen. Der Weggang des Paares war nicht nur eine Frage der persönlichen Vorliebe, sondern stellte vielmehr eine seismische Veränderung innerhalb der Monarchie dar, die zu einer Selbstreflexion über die Funktion und Bedeutung der Institution in der heutigen Zeit führte. Ein trauriger Vorfall, der den emotionalen Tribut ihres Ausscheidens verdeutlichte, war die vorletzte königliche Verlobung des Paares, über die in einer Episode des Podcasts Via Express, der sich mit den Royals beschäftigt, berichtet wurde. Während Prinz Harry beim Mountbatten Festival of Music mit stehenden Ovationen bedacht wurde, bemerkten Schaulustige, dass er sichtlich aufgewühlt wirkte. Sie bemerkten auch, dass er Gefühle von Melancholie und Nostalgie zu empfinden schien. Sowohl das Gewicht der Verpflichtungen, die er hinter sich ließ, als auch die Qual des Abschieds von einem Leben, das er seit seiner Kindheit kannte, spiegelten sich in seinem emotionalen Verhalten wieder, dass Bände über die Schwierigkeiten des Abschiednehmens sprach. Trotz der offensichtlichen Trauer, die ihren Abschied umgab, fühlten sich Prinz Harry und Meghan verpflichtet, diese schwierige Entscheidung zu treffen, um ihr persönliches Wohlbefinden und das ihrer Familie zu gewährleisten. Ihre seelische Gesundheit und ihr Glück hatten unter der heftigen Kritik der Medien und der unablässigen Kontrolle durch die Öffentlichkeit gelitten, was dazu führte, dass sie ihrem persönlichen Glück und ihrer Autonomie eine höhere Priorität einräumten als ihren königlichen Pflichten. Prinz Harry fühlte sich zwar seiner Familie und seinem Land gegenüber verantwortlich und verpflichtet, war sich aber auch bewusst, wie wichtig es ist, seinen eigenen Weg zu gehen und aufrichtig zu leben. Die Entscheidung, die königliche Familie zu verlassen, wurde nicht leichtfertig getroffen, sondern als wesentlicher Schritt in Richtung einer befriedigenderen und langfristigen Zukunft für sich und ihren Sohn Aschi betrachtet. Es war ein Wendepunkt im Leben von Prinz Harry, als er sich entschloss, von seinen königlichen Pflichten zurückzutreten. Diese Entscheidung bedeutete eine Abkehr von der Tradition und den Beginn eines neuen Kapitels, das mit Ungewissheit und Versprechungen verbunden war. Obwohl der Rücktritt zweifellos ein schmerzhaftes Ereignis für die königliche Familie und ihre Anhänger war, bot er auch eine Chance für die persönliche Entwicklung, die Selbstfindung und die Schaffung eines Weges, der enger mit ihren Idealen und Zielen verbunden ist. Als Prinz Harry und Meghan Markle die außergewöhnliche Entscheidung trafen, sich von ihren Pflichten als hochrangige Royals zurückzuziehen, mussten sie den Verlust ihres HAH-Titels hinnehmen, der für seine oder ihre königliche Hoheit steht. Dies war eine dramatische Abkehr von der jahrhundertealten Tradition. Im Vereinigten Königreich ist der HAH-Titel eine sehr begehrte Auszeichnung, die traditionell den Kindern und Enkeln der Königin vorbehalten ist. Er ist ein Zeichen für die direkte Abstammung von dem König, der jetzt an der Macht ist, und bringt ein Gefühl von königlichem Privileg und Auszeichnung mit sich. Für Prinz Harry und Meghan war es eine symbolische Abspaltung vom königlichen System, da sie damit ihren Wunsch nach mehr Autonomie und Unabhängigkeit zum Ausdruck brachten. Der Verlust des Titels HAH war ein symbolischer Bruch. Trotz der tragischen Ereignisse, die sein Leben geprägt haben, ist Prinz Harry entschlossen, ein Vermächtnis des Mitgefühls und des Dienstes zu hinterlassen. Durch seine Wohltätigkeitsarbeit und sein Eintreten für die psychische Gesundheit hat Harry seine Plattform genutzt, um sich zu Themen zu äußern, die ihm wichtig sind. Seine Invictus Games, die verwundete und verletzte Soldaten und Soldatinnen unterstützen, sind nur ein Beispiel dafür, wie er seinen Schmerz in eine Kraft für das Gute verwandelt hat. Doch die Frage bleibt, kann Harry jemals wirklich den Schatten seiner Vergangenheit entkommen? Oder wird die Tragödie, die ihn seit seiner Kindheit verfolgt, auch in Zukunft seine Zukunft bestimmen? Prinz Harrys Reise war voller herzzerreißender Momente, und es ist klar, dass seine Geschichte Menschen auf der ganzen Welt berührt hat. Was halten Sie von Harrys Entscheidung, sich von der königlichen Familie zurückzuziehen? Glauben Sie, dass er die richtige Entscheidung für seine psychische Gesundheit getroffen hat? Oder war es ein Schritt zu weit? Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren unten mit. Wir würden gerne wissen, was Sie denken. Vielen Dank, dass Sie uns bei diesem emotionalen Einblick in das Leben von Prinz Harry begleiten. Ganz gleich, was Sie von der königlichen Familie halten. Es lässt sich nicht leugnen, dass Harrys Geschichte voller Tragödien, Liebe und der Suche nach Glück ist. Wenn Sie über diese Geschichte und andere königliche Neuigkeiten auf dem Laufenden bleiben wollen, sollten Sie dieses Video mögen, den Kanal abonnieren und die Benachrichtigungsglocke drücken. Pass auf dich auf und wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Video.